Danke. Check. Eins, zwei, drei. Grüß dich gerne. Hi, wir sind Wiebke und Svenja von InnoSci, dem Forum Offene Innovationskultur beim Stifterverband. Wir sind ein Think Tank für Pioniere, PraktikerInnen und PolitikgestalterInnen, die mit uns gemeinsam eine offene Wissenschaft und Innovationskultur weiterentwickeln wollen. Wir stehen für Öffnung und Offenheit in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Und wir glauben an die positiven Effekte daraus für uns alle. Wir schaffen Experimentierräume für neue Ideen, eine Plattform für kritische Auseinandersetzung und das gemeinschaftliche Testen und Kalibrieren von neuen Lösungen. Wenn euch das anspricht, dann kommt und werdet in unserer Community aktiv. Für eine wachsende Community und einen offenen Austausch braucht es eine Online-Plattform. Gesagt, getan. Und nach ein paar Wochen Schuften, Tüfteln und Schwitzen wurde schließlich High Fright geboren. Unsere neue InnoSci Community Online-Plattform. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich online. Mit dieser Plattform wollen wir ein lebendiges Netzwerk und einen interaktiven Raum schaffen. Zum Austausch für Informationen, Diskussionen und neue Ideen. Noch stecken wir in den Kinderschuhen. Wir wollen unsere Plattform gemeinsam mit euch weiter gestalten. Deshalb freuen wir uns über euer Feedback, Wünsche und Antworten. Und vor allem über eine rege Beteiligung. Fangen wir doch mal mit uns an. Wiebke interessiert sich für alles, was mit Open Mindset, offener Innovationskultur und Open Innovation zu tun hat. Und sie leitet das Programm InnoPeers. Sie hat Pädagogik und Organisation Studies studiert, war lange als Projektmanagerin und Trainerin tätig und sagt, dass ihre Herzensthemen Kultur und Kommunikation sind. Jetzt arbeitet sie im InnoSci Think Tank. Ihre Skills sind Change Management, Community Building und sie hat noch Training und Facilitation vergessen. Und das ist Svenja. Svenja hat Biologie studiert und nach ihrer Promotion eine Kultur- und Wissenschaftsbar in Neukölln eröffnet. Jetzt arbeitet sie außerdem als Community Managerin bei InnoSci. Und bleibt auch hier ihren Themen Wissenschaft, freies Wissen, Open Mindset und Open Science treu. Ah, und sie betreut die Fellows freies Wissen. Jetzt seid ihr in der Reihe. Wir wollen euch unbedingt besser kennenlernen und interessieren uns brennend dafür, wer sich so auf unserer Community-Plattform tummelt. Mit brandneuen Features in den Profildaten könnt ihr jetzt eure Profile anlegen und auffüllen. Zeigt uns, wer ihr seid. Findet Gleichgesinnte und Gesprächspartner. Und bleibt über interessante Ereignisse auf dem Laufenden. Vervollständigt euer Profil und lasst uns gemeinsam die InnoSci Community lebendig machen.